Hallo Sandy, das musst du dir ansehen. Sandy, was geht denn hier? Vorsicht! Sandy, geht's dir nicht gut? Was hast du denn? Sie kommen! Was? Sie kommen! Diese Pflanzen kommen! Das sind meine Chefs! Die kommen zu der Inspektion! Ich hab ne Woche lang Tag und Nacht gearbeitet, aber meine Erfindungen sind alle schrott. Wenn ich bis heute Nachmittag nicht irgendeine anständige Erfindung vorzeige, streichen sie mir die Gelder und ich muss Bikini-Button verlassen. Erdnuss-Sülze, du hast doch bestimmt schon eine ganze Menge nützlicher Sachen erfunden. Der Helm, das sieht ja toll aus. Was kann der so? Damit kannst du mit Nüssen reden. Wozu soll das gut sein? Spongebob an Erdnuss! Erdnuss, kommen! Und was sagt sie denn? Sie sagt, es ist dunkel da drin. Hast du noch was anderes? Meine Nusser-Chino-Maschine. Die macht dir aus einer Nuss deiner Wahl ein schön schaumiges Heißgetränk. Na ja, und dann hätte ich da noch meinen vollautomatischen Nussknacker. Siehst du, ich scheitere schon bei einem ganz normalen Nussknacker. Ach, das sind doch nur ein paar Muppen. Patrick und ich helfen dir, sie auszubügeln. Stimmt's, Patrick? Patrick? Alles wird gut, ganz sicher. Ach, lass gut sein, es hat keinen Zweck. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen. Ich werde Bikini-Button verlassen, weil ich die Versagerin bin. Ihr könnt sie doch nicht ein... Okay. Vielen Dank.